Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier im Reich der Bavandit. Wir haben beim letzten Mal unseren Hauptsitz nach Bagdad verlegt, haben endlich mal wieder eine Phase des Friedens, würde ich jetzt hier mal behaupten, und haben eine Prachthochzeit hinter uns gebracht. Heute werden wir erstmal Hof halten, das ist mal wieder notwendig, um einige Streitigkeiten hier im Reich zu lösen, und dann werden wir natürlich auch noch einen, ja, einen Epos in Auftrag geben. Aber zunächst einmal Hof halten, mal gucken, wie viel Geld danach noch übrig ist. Mögen die Leute kommen und uns ihre Sorgen berichten. Meine Schwiegertochter Prabhavati, die beim letzten Mal übrigens geheiratet hat, tritt ängstlich vor, begleitet von ihrem Gemahl Manu Schier. Also so schnell werden wir die beiden wohl nicht los. Der übrigens schlecht gelaunt zu sein scheint. Unaufgefordert platzt es aus ihm heraus. Mein Fürst, Arbat Delaram, versucht meine Gemahlin zu verführen. Ein Affront gegen Ormas. Ich konnte mich noch, er konnte mich noch nie leiden. Sie muss die Schuldige sein. Äh, bitte, was? Also seine, äh, die haben gerade eben geheiratet. Gerade eben. Und schon, wisst ihr, ich habe gerade eben so viel Geld ausgegeben für diese Hochzeit. Eigentlich soll ich, eigentlich soll ich beide einfach auf die Straße werfen. Aus allen Palästen. Prabhavati ist offensichtlich, es ist offensichtlich peinlich, dass dies so öffentlich gemacht wird. Und kann mir kaum in die Augen sehen. Also ist eventuell was dran. Oder es ist hier einfach nur peinlich, dass er so eine Nummer draus macht. Jetzt muss ich einfach mal überlegen, wie ich die beiden einschätze. Also sie ist maßvoll, ruhig und zynisch. Aber dass sie ruhig ist, ist halt schon mal eigentlich ein Zeichen. Er ist ungeduldig, demütig und ruhig. Also dem reizlosen Bub, muss man mal ganz ehrlich sagen, äh, sollte er eigentlich froh sein, dass er die gekriegt hat. Ähm. Okay, und wer ist das jetzt hier? Ach, nee, sie ist die Schuldige, so. Wait a second. Äh. Sie versucht, seine Frau zu verführen. Aber beide heterosexuell. Das ist, äh, deswegen finde ich das gerade eben irritierend. Okay, äh, so gut. Ähm. Wir machen das so. Wir werden sehen, ob was Wahres daran ist. Wir können sie jetzt dadurch also einkarkern. Oder sehen wir weiter. Oder wir können sagen, so etwas wird nicht toleriert. Dann ermöglicht es mir, sie rechtmäßig einzukarkern. Ihr erhaltet 30 Anspannungen, weil ihr zynisch seid. Manuschiir gewinnt 10 Meinungen von mir. Das war's. Oder gibt es denn keine Beweise? Ja, nee, also. Mal gucken, was da los ist. Sie bestreitet jegliche Beteiligung. Dann war wohl nichts dran. Also wir sind der Sache auf den Grund gegangen und es war wohl nichts Nachweisbares dabei. Gut, der nächste bitte. Der innere Feind. Gut, der Sohn ist halt auch ungeduldig, ne? Also ich meine, der hat wahrscheinlich einfach mal wieder völlig übertrieben. Mein Onkel, Shasada Hoschia, kann seine Wut kaum zurückhalten. Es muss etwas gegen diese afghanischen Außenseiter unternommen werden. Er gestikuliert wild. Ich habe genug von Sadrab Mashhad und seinen lächerlichen Sitten. Sie zeigen kein bisschen Eigenantrieb oder Eigenverantwortlichkeit. Es ist an der Zeit, dass eure fremdländischen Untertanen die Sitten hier höhergestellter annehmen. Warum schreit dieser Mann mich an? Unser Adel muss mörbisch sein, könnte ich jetzt sagen. Oder es gibt viel, was wir von anderen Traditionen lernen können. Ja, das ist eher das, was ich der Meinung bin, was wir tun sollten. Wir werden den diplomatischen Weg gehen. Ja, wir werden den diplomatischen Weg gehen. Die Akzeptanz der Mörpers und der Afghanen füreinander hat sich um 10% erhöht. Wir haben also zwischen den Kulturen vermittelt. Ein gewaltiges Problem. Mein Fürst, dürfte ich einen Moment eure Aufmerksamkeit erbitten? Fragt Arbat Ebi von Neron. Das ist der Typ hier. Und ergreift das Wort. Neron hat in den letzten Wochen unter einem recht lästigen Ärgernis gelitten. Eine völlig außer Rand und Band geratene Elefantenherde. Das sind die mit dem Rüssel. Wüten im ganzen Land und hinterlassen eine Spur der Verwüstung und gelegentlich auch des Todes. Ihr furchterregendes Trompeten halt Tag und Nacht in unseren Ohren wieder. Ich kann es sogar jetzt noch hören. Fährt er fort und beginnt damit ungebührliche Trompetengeräusche zu machen. Er kann es nicht. Bitte, mein Fürst, entsendet Hilfe. Wäre es nicht vielleicht einfach sinnvoll, die Elefanten in Ruhe zu lassen? Also statt sie anzugreifen. Das ist übrigens tatsächlich etwas ein bisschen out of character gesprochen. Was es sogar noch heute in Indien und so weiter und so fort gibt. Und das Beste ist tatsächlich die Tiere in Ruhe zu lassen. Also eher ihnen Wege zu bauen, die sie dann erkennen können, damit sie einfach durchlaufen können. Dann zertrampeln die auch nicht alles, weil die sind nicht blöde. Nehmt etwas Gold. Gott, 300. Nein. Ich entsende jemanden, der die Bestien aufwält. Scharfe Elefanten. Oh. Ja, das Doofe ist, wir haben halt einfach keine Elefanten. Wir können keine Elefanten haben. Tötet die üblen Bestien. Dann haben wir Elefantentöter. Das ist Volk nicht so gut. Ähm, ja. Hm. Gut, wir geben das Geld doch aus. Ich meine, Geld ist schnell wieder da. Okay. Das heißt also, das hier ist jetzt hier schon mal erledigt. Das Problem ist bloß, dass jetzt hier die, ähm, unser E-Post, dass wir einen Auftrag geben wollen, relativ teuer sein wird. Und eine Amme müssten wir jetzt halt auch noch anheuern. Okay, was ist die beste Amme? Ich bevorzuge die erfahrene Goldscharen. Die kostet halt auch 300 Gold. Was zeichnet diese Frau bitte schön aus? Also ganz im Ernst, was zum Teufel zeichnet die denn jetzt hier aus? Ich bin gerade eben echt überrascht darüber. Warte mal, wo ist denn jetzt hier die Amme? Amme, 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 hier Amme. Ähm, bringen die wahrscheinlich... Monatliche Änderung der Hofpracht basieren auf Eignung. Ich würde immer noch ganz, ganz gerne wissen, welche Eignung man dafür braucht. Sekunde. Nichts mit Ratsmitglied, Prestige. Es wäre einfach nur mal cool, wenn dieses Spiel es endlich mal hinbekommen würde, hier eindeutig hinzuschreiben, welches Attribut hier benötigt wird. Also ich möchte das halt sofort sehen können, hier. Das sage ich schon seit zwei Jahren, seitdem das Spiel rausgekommen ist. Dass man hier einfach teilweise Sachen nicht wirklich sieht. Ähm, ne ganz im Ernst, also die Goldscharen kommen ehrlich gesagt nicht besonders... Die sind... Ich mag keine von ihnen. Um Gottes Willen. Sind die schlecht? Sind die schlecht beide? Die haben einfach... Also man hat es ja schon an ihren Attributen gesehen, dass sie einfach nichts können. Ähm, also dann geben wir jetzt mal das Epos in Auftrag. Was ich brauche ist eine klassische Erzählung über die Herrschaftlichkeit meiner Familie, die wirklich viel geleistet hat. Ein Lied über die Ursprünge der Sassaniden-Dynastie und warum uns wahre Größe verheißen ist und nicht nur der Vergangenheit angehört. Ich brauche nur jemanden, der weiß, wie man eine solche Geschichte erzählt. Hier hätten wir mal den Parvis. Der wäre mit Bildung 14. Und er ist ein Mönch. Oder wir haben hier den Markant. Oh Gott, der Markant ist ja schrecklich. Oh Gott, 600 Gold. Ja, okay, das war teuer. Also gut, Parvis soll es machen. Ich habe mich jetzt hier gerade eben um Kopf und Kragen verschuldet. Ich hatte eigentlich eher mit so 300 Gold gerechnet. Die Perspektive. Mein Familienepos schreitet offenbar gut voran. Ja, das möchte ich bei dem Preis aber auch echt mir wünschen. Manche Zeilen klingen bereits, als würde man sie noch in Jahrzehnten zitieren. Doch Parvis hat eine Menge Fragen zum Schwerpunkt der Erzählung. Ich könnte diese Frage einfacher beantworten, wenn er zuerst alles niederschreiben würde. Dann könnte ich ihm sagen, was mir missfällt. Aber er besteht darauf, dass er auf der Stelle Antworten braucht. Ja, dieses nervige Event. Frömmigkeit. Ne, hier geht es natürlich um ein Familienepos. Hier geht es darum, wir wollen die Familienchronik herstellen. Bekanntheit der gesamten Familie, soll das Thema sein. Okay. Dann bauen wir mal hier weiter und gucken mal, wo wir jetzt hier mit unserem verschuldeten Geld hingehen. Das ist nämlich alles eher so mittelgeil gerade eben. Ein Künstler, des Künstlers Rast. Parvis wurde dabei ertappt, wie er sich schon von seinen Pflichten davonstehen wollte. Zum Glück hat eine Wache ihn vor dem Tor erkannt. Ey, der hat gerade mal angefangen und hat jetzt schon keinen Bock mehr. Diese Arbeit laugt mich aus, verteidigt er sich. Tag und Nacht, mein gnädiger Fürst. Ich brauche dringend ein paar Tage Ruhe. Ja, dann geben wir halt nochmal 300 Gold aus, dafür, dass der irgendwo jetzt Party macht. Zuflucht des Lichts. Kalif Ghazi hat seine Verfolgung durch verbleibende Manichäer in seinen Ländereien eingeleitet. Noradin, ein Oberhaupt dieses belagerten Glaubes, sucht mich nun auf und trägt einen großen Stapel staubiger Bücher bei sich. Also, der vertreibt die. Was ist das für ein Glaube? Also, die Akzeptanz ist jetzt nicht sehr, für die Kultur ist nicht sehr hoch und wir betrachten sie als böse und feindselig. Wanderer-Prediger ist ein dualistischer Glaube mit Esoterik und Anpassungsfähigkeit. Ich habe von diesem Glauben noch nie zuvor gehört. Wir konkurrieren teilweise um dieselben heiligen Städten. Okay. Großer Schahanscha, beginnt er. Mein Glaube stammt aus einem längst vergangenen Zeitalter, in der das Christentum noch jung war. Wer redet hier von Christen? Wir verfügen über viel Wissen über diese gefallene Welt und sogar einige bescheidene Einblicke in die höhere Welt des Lichts. Einige unserer Landsleute haben sich bereits in Tos niedergelassen. Könntet ihr meinen Anhängern ihren Wunsch ebenfalls nicht erfüllen? Im Gegenzug kann ich bleiben und euch dienen und mit euch diesen Schatz an Wissen und unserer alten Bibliotheken in Bagdad und Ctesiphon, was Ctesiphon, davon habe ich nicht gehört, vor dessen Fall teilen. Das ist wohl deren alte Heimatstadt gewesen. Also er würde sich uns anschließen und er hat auch echt Ahnung, so wie es aussieht. Ein Mönch seines Glaubens, Tagebuchschreiber, sehr gebildet. Ich könnte also dadurch seltene Bücher bekommen. 25 Jahre lang, plus 2 auf die Bildung und er selber bekommt den gnostischen Eifer. Das Marsepanat von Tos. Aber das müsste ich ihnen dann halt abtreten, ne? Ne, ne, abtreten muss ich es wohl nicht. Oder wir schicken sie einfach fort. Außerdem ist die Sympathie zwischen uns jetzt hier nicht gerade hoch. Also wir betrachten sie als böse. Ne, wir sind zwar zynisch, aber darum geht es gerade eben nicht. Es geht darum, um staatsmännisch zu erkennen, auch wenn man zynisch ist, dass diese Leute auf Dauer ein Problem werden würden. So muss man das klipp und klar erkennen. Es wäre ein Problem, sie einfach so reinzulassen. Weil das Volk würde ansonsten randalieren. Seid gegrüßt, mein bescheidener Lebensherr. Ich hörte Teile eurer Familienepos und die echte Loyalität, die durch tiefe Freundschaft zwischen diesen legendären Helden entstanden hat, hat mich inspiriert. Es wäre mir eine Ehre, wenn auch ich eine solche Freundschaft verbinden könnte, da auch ich loyal diene. Mein Ratsverwalter sagt, er wäre sehr loyal. Ja, uns verwandt schon immer eine gewisse Freundschaft. Vielleicht verbessert sich dadurch ja hier tatsächlich unsere Beziehung hier. Gott, oh Gott. Was ist eigentlich mit denen hier... Wow, der ist ein Genie. Haben wir eine... Okay, oh Gott, schuppig und intelligent. Dieses Mädel hier. Heirat arrangieren. Ich muss dringend irgendwie gucken, dass ich eines meiner Kinder damit jetzt hier verbinde. Das wäre, glaube ich, das Beste. Also, Dynastie Sazanit. Mein Sohn und Cousin. Das machen wir. So, die sollen sich verloben. Ich möchte diese... diese brillanten Fähigkeiten in meiner Familie sehen. Das Familienepos. Ehrlichkeit und Wahrnehmung. Mein Ratskanzler Satrap Eshan hört gerade die bisherigen Teile meines Familienepos. Viel davon klingt nicht sonderlich glaubwürdig, wie etwas der Teil über ein magisches Schwert, das wir nie besessen haben. Er meint zumindest... Andererseits, wer kann schon sagen, wie die Vergangenheit wirklich aussah, nicht wahr? Wenn ihr sie ohnehin schon ausschmückt, warum dann nicht so hübsch wie es geht? Ja, aber wollen wir es wirklich so dermaßen übertreiben? Doch, es ist wichtig, dass wir eine gute Geschichte erzählen, sonst will sie halt einfach keiner lesen. Also gut, dann gibt es ein magisches Schwert in dieser Geschichte. Historiker rotieren im Grabe. Die zukünftigen. Jetzt schon. Oh, ich habe wieder einen Steuereintreiber verloren. Mano, 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 Mano. Ähm... Dann kann ich eigentlich nur noch den da nehmen, weil der Rest ist schon... Ne, den kann ich nicht ernennen. Doch, den kann ich ernennen. Aber ich habe ja hier sowieso keine Steuersachen, die ich hier machen kann. Halten wir mal fest, ne? Da ist noch nicht wirklich was drin. Wir haben wieder ein Kind unserer Dynastie. Eine Schwiegertochte. Ach, haben die beiden ein Kind bekommen, die beiden Streithähne. Na ja, immerhin. Ich meine, aufgrund der Tatsache... Oh. Ich kann den Titel eines Königreichs übernehmen? Erfordert 500 Gold. Das ist drastisch. Einbruch in die Waffenkammer. Was machen die Kinder denn bitte schon da? Wer ist denn das? Das ist die Dina. Das ist unsere Tochter. Und Mündel. Und das ist unsere andere. Ne, das ist die Tochter von Abak Ruhola. Den ich gar nicht kenne. Mist. Diese verfluchten Belger. Meine Tochter Dina und ihre Gefährtin Manisha wurden erwischt, nachdem sie sich in die Waffenkammer geschlichen hatten. Wissen sie denn nicht, dass Waffen gefährlich sind? Einer der Dienstboten ertappte sie auf frischer Tat. Manisha lag weinend und blutend am Boden, während Dina einfach weiter mit den gestohlenen Waffen spielte. Äh, Dina, hast du einen Vogel? Anscheinend wollte Dina nicht mit dem Spaß aufhören, nur weil man Nisha alles versaut hat. Was soll nur aus diesem Kind werden? Eigenwillig? Das ist mehr als eigenwillig. Wow. Ähm, ne, ganz im Ernst. Sie hätte dieses Fehlverhalten definitiv zugeben sollen und vor allem ihr helfen sollen. Wir machen sie ehrlich. Wobei an der Stelle hätte ich jetzt eher noch erwartet, dass man sie mitfühlend machen kann. Aber okay. Sie ist dann lieber jetzt mir ehrlich. Vor allem als Diplomatin ist es sehr wichtig, ehrlich zu sein. Ein hervorragendes Epos ist vollbracht. Parvis hat mein Familienepos abgeschlossen und welch glorreiches Lied hat er doch geschaffen. Das Werk hat Dramatik, moralische Zwicklungen und spannende Duelle. Alles, was meine Familie zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Sogar der Teil um ein magisches Schwert, der so weit hergeholt ist, ist zu einem ergreifenden Augenblick im Schicksal meines Hauses geworden. Oh ja. Nummer 150 Bekanntheit, 75 Prestige und da haben wir es. Okay, 0,08. Aber immerhin haben wir ein weiteres Buch. Oh nein. Nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wir sind gebrechlich geworden. Wir werden nicht mehr sehr lange leben, Leute. Es ist vorbei. Ich wusste, dass mir das Alter, dass man im Alter langsamer wird. Doch ich hätte nie gedacht, dass alles sich gar nicht mehr regen würde, bis ich sterbe. In letzter Zeit verspüre ich ein beständiges Unwohlsein und alles braucht mehr Mühe als zuvor. Ich mache mir Sorgen, dass ich womöglich nicht mehr aufstehen kann, wenn ich mich hinlege. Es besteht kein Zweifel, dass mir die Zeit davonläuft. Ich fühle mich, als könnte ich nichts tun, als darauf zu warten, dass mich die süße Umarmung des Todes holt. Oh Mann. Ey, das ist eines der schlimmsten Dinge, die dir passieren können. Oh mein Gott. Immerhin kommt noch einer und guldigt uns jetzt hier gerade eben. Aber das... Das ist schlimm. Das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Er ist gebrechlich geworden. Ja, damit wird unser lieber Bisutu nicht mehr wirklich auf Reisen gehen. Immerhin hat der jetzt hier inzwischen schon, äh, Kinder. Und das hier wird wohl... Das hier wird wohl unser Erbe dann am Ende sein. Okay. Ja, das ist... Das ist alles aber nicht gut, Leute. Überhaupt nicht. Okay, also wir stellen jetzt auch dieses Stück hier aus. Die Saga von Babandit. Aber... Geil, geht anders. So, das Werk ist vollbracht. Soll der Typ bleiben. Ja, der... Der kann ruhig wieder gehen. Ich gebe jetzt nicht nochmal 300 Gold für ihn aus. Also ich brauche ihn ja auch nicht unbedingt. Oh, wie kann es sein, dass er gebrechlich geworden ist? Oh, die Lebensbestattung geht ab, so wie Schwerpunkt auf Medizin, höfische Sparsamkeit. Ich finde das äußerst bitter. Toll, Bildungsverantwortung. Anatomische Studien. Tja, das hilft mir alles nichts. Das Thema um unseren lieben Besutun ist eigentlich schon so gut wie besiegelt. Wie lange braucht das hier noch? Noch 19 Monate. Was? Der Krieger für die Grenze? Was ist das? Ayesha war noch nach eigenem Bekunden als Champion von Varaham auserkoren und machte sich auf den Weg zur Grenze, um die Barbaren zu bekämpfen. Dann trieb er sich in der Stadt Saria zufällig mit Kortisanen und Schurken herum. In dieser anrüchigen Gesellschaft geriet er in einen Streit mit einem Gardisten und einem Badehausinspektor und erstach sie beide. Dieser Mann muss hart bestraft werden, sagt mein aufrechter Ratsmarschall Maschatt, und die guten Bürger von Saria zu besänftigen. Nein, fleht Ayesha an Ketten in meinem Kalker hängend. Ihr müsst mir glauben, zur Grenze zu gehen, denn das ist der Zweck, den erlauben zu der Grenze zu gehen. Das ist der höchste Zweck, den die höchste Macht der Herr der Weisheit für mich vorgesehen hat. Ja, aber warum hast du dann hier jemanden erstochen? Okay, ich sehe schon, weil er gesoffen hat. Er ist halt ein Schwertmeister, ne? Ich könnte ihn vielleicht gebrauchen. Aber das Problem ist halt quasi, dass er das Volk doof finden würde. Oder ihr habt eine schöne neue Gefängniszelle, nur für euch. Dann bekomme ich jetzt Schrecken. Ja, ganz im Ernst, er hat zwei Leute gemordet. Ich kann ihn jetzt nicht einfach... Ich kann ihn nicht frei rumlaufen lassen. Nee, definitiv nicht. So, der ist jetzt hier erstmal im Knast. Vielleicht können wir ihn später irgendwann nochmal rauslassen. Aber ich kann ihn nicht sofort rauslassen. Das wäre ja Wahnsinn in Anbetracht der Ausgangslage. Übrigens, es gibt schon wieder Kinder, die einen Vormund brauchen. Unsere Tochter Baha braucht einen Vormund. Das Problem ist bloß, wir sind nicht mehr so super gut geeignet für diesen Job. Und sie will sowieso lieber Meucheleien lernen. Dann darf das jetzt der Steuereintreiber jetzt hier beibringen. Und dann haben wir sie noch. Die ist für Bildung zu haben. Dann ist das der Hofarzt und Steuereintreiber, der ihr das hier wiederum beibringt. Jyks. Sag mal, wann kann ich eigentlich mal wieder meine Bevölkerung ausquetschen? Untertan erpressen. Im Jahre 990. In zwei Jahren. Und wir haben wieder einen überarbeiteten Steuereintreiber. Die sind ständig überarbeitet. Aber was soll ich machen? Ey, ganz im Ernst. Ich muss jetzt wirklich gucken, dass ich kürzer trete. Wir sind gebrechlich. Höflich Goschtasp ist mit einem schweren Lied und über einem offenen Hauptbuch geborgt. Ein weiterer Stapel Hauptbücher liegt neben ihm. Er hebt den Kopf und bemerkt meine Anwesenheit. Oh. Verzeiht, mein Herr. Aber ich muss noch diesen letzten Steuerabrechnungen durchsehen. Ja, dann soll er das machen. Steuern sollten fair erhoben werden. Es gibt wieder eine Schlange bei Hofe. Ich begebe mich in meine Gemälde, um einen wenig gesegneten Schlaf zu genießen, als ich ein leises Rascheln von einem nahen Fenster höre. Nur der Wind, denke ich bei mir, bis der Wind zu reden beginnt. Brabavati, so öffnet doch meine Sternstuppe. Das war so klar. Sie geht fremd. Oh. Ich bin es. Vagabata. Ich stoße den Fensterladen aus. Und siehe da. Da ist jemand zum Fenster von Brabavati hochgelettet. Es ist Vagabata. Ein Adeliger aus Nadula. Mhm. Die treiben also Unzucht. Aber das ist, glaube ich, kein offizielles Geheimnis oder sowas, was ich hier ausplaudern kann. Nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Na gut, dann müssen wir damit leben. Also man mag es zwar nicht, aber man hat keine Handhabe dagegen. Dinge, die einem klar sein müssen in dieser Ausgangslage sind immer noch hart verschuldet, was mich wirklich sehr schwer belastet. Das Zoroastrische Theaterstück in Bagdad hat. Mir wurde zugetragen, dass Nasradin, ein renommierter zoroastischer Dramatiker, eine Aufführung plant. Diese trägt den Titel... Anführungszeichen. Der Eintrittspreis ist hoch, doch es könnte die einmalige Gelegenheit sein, ein von Nasradin verfasstes Stück mit eigenen Augen zu sehen. Hm, ja, 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 doch, da gehen wir hin. Wir schauen uns dieses Stück an. Zu vielmehr sind wir auch körperlich kaum mehr dazu in der Lage. Ich beobachte, wie sich das Stück vor mir entfaltet. Und es ist ohne jeden Zweifel völlig erschund. Was ich gerade miterlebt habe, ist nicht einmal wert, es als Literatur zu bezeichnen. Die Geschichte erzählt von Eiche, die zoroastrische Mystik und Hexerei studiert. Ähm, während er innerhalb seiner gelehrten Kreises eine Liebschaft nach der anderen nachstellt. Das Stück ist kaum etwas mit unserer heiligen Schrift, der Avesta zu tun hat. Und auch die anderen Zuschauer beginnen bereits damit, sich über Nasradin lustig zu machen. Ähm, buh. Oder ne, wir werden es jetzt diesen machen, wir werden unser eigenes Stück schreiben. Damit wird er sein Leben beenden. Weil das kann er sicherlich überbieten. Wir schreiben unser eigenes Stück. Oh. Ein Vasall von mir schenkt mir einfach Geld. Seid gegrüßt, mein bescheidener Lebensherr. Bitte nehmt dieses demütiges Geschenk an, es mag nicht viel sein. Doch ich hoffe, es kann euch nützen auf unsere beständige Freundschaft. Äh. Ja. Das hat sehr geholfen. Ein eigenes von mir verpasstes Theaterstück. Ich habe es übrigens noch nie geschafft, kurz mal out of character gesprochen, das hier zu einem Erfolg zu bringen. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt endlich mal. Es ist schon eine ganze Weile her, seit ich geschworen habe, die minderwertige Arbeit von Nasradin zu übertreffen. Und noch während die Tinte meines Schreibers trocknet, bewundere ich meine Eigenreaktion. 2000 persische Nächte. Es ist eine Arbeit, die meine bescheidenen Meinungen nach die Bezeichnung meistens verdient. Es stellt sich nur noch die Frage, wer die Hauptrolle spielen soll. Da brauche ich, glaube ich, jemanden, der sehr, sehr gut Diplomatie kann. 10, 6, 4, dann... Ja, dann nehmen wir sie halt. Ich meine, wir hätten mehr, aber vielleicht schafft sie es ja. Oh, Brumm. Na gut, dramatisches Debüt. Ich atme tief durch und bereite mich auf die Aufführung meines Stücks vor. Voller Gewissheit, dass es tadellos sein wird, da ich hier bin, um die fromme Botschaft zu überbringen. Ich versuche, die ersten Zeilen zu lesen, verschlucke mich aber sofort an meinen eigenen Worten und lese den Rest gefühllos vor, ohne mich an meinen eigenen Text zu erinnern. Wieso? Oh, das Publikum verzeiht mir nicht und beginnt rasch, mich mit Pfiffen zu verhöhnen. Ey, ganz im Ernst, das verstehe ich nicht. Wir haben einen hohen Wert in Bildung, wir haben einen hohen Wert in Diplomatie. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er das kann. Ich mache weiter, in der Hoffnung, dass ich irgendwann wieder in Schwung komme und diese Vorstellung retten kann. Doch es nützt nichts. Noch ehe ich das Ende erreiche, lehren sich die Sitze im Theater und nichts als Schande bleibt zurück. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Ich hatte schon Charaktere, die hatten schon doppelt so viel in beiden Werten und es hat nie irgendetwas gebracht. Ich verstehe dieses Event nicht. Es scheint einfach nur ein Troll-Event zu sein, um den Spieler zu mobben. So sieht es für mich zumindest aus. Okay, unabhängig davon. Hier wird gerade eben weiter gebaut. Fehlt hier nicht eventuell sogar noch ein Gebäude? Bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Ne, das ist glaube ich einfach nur, weil es eine Nebenfestung ist. Ein Jahr noch, dann haben wir eine weitere Burg. Und die werde ich definitiv behalten. Haha. Ich werde dann etwas anderes an unseren Sohn und Erben abgeben. Und nun gibt es noch ein Versteckspiel mit unserem Sohn, dem Mossafar. Was hat mein Kind Mossafar denn in diesem Schrank im Dienstbotentrakt verloren? Ein Versteckspiel, wie er behauptet. Er sieht aus, als hätte er einen Geist gesehen. Bebend. Weit aufgerissene Augen. Leichenblass und ins Leere stand. Oh nein. Ich weiß, was geschehen ist. Er hat wohl zwei der Dienstboten gesehen, die gemeinsam Geflügel gerupft haben. Das arme Kind sieht schockiert aus. Es würde mich nicht überraschen, wenn ihm Intimitäten später schwerfallen. Ja, dann wird er wohl auch Keusch werden. Ich glaube, das ist auch uns passiert. In diesem Palast wird zu viel Unzucht betrieben. Ich sag's euch. Und wir bekommen mal wieder einen Edelstein. Ja, das lädt sich nicht wieder vor. Dieses Event haben wir schon das vierte oder drölfte Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Wir sind nicht mehr verschuldet. Aber leider, leider, leider geht's uns schlecht. Naja gut, das heißt ja nicht, dass wir automatisch Lebenspunkte verlieren. Aber dieser schwere Malus, der tut schon saumäßig weh. Also wir sind halt einfach kein Herrscher mehr, der jetzt irgendwie Schrecken verbreitet. Respekt und dergleichen. Ist halt leider nicht. Und das machen wir beim nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.